Musik Sortieren Und... Nee, warte mal Sie gehört da gar nicht rein Wo ist sie denn? Da Okay Zack, zack Da haben wir sie, die Möhrenangel Die warten wir bis zur 1.6 Weil dann können wir das, was ich vorhabe, auch anleihen Ja, ihr wisst ja eh, was ich mal vorhabe Und nu Hab ich auf R gedrückt? Nee, hab ich nicht So Die 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 So, was kommt hier rein? Nee, Kascha lassen wir in der Buchse. Und so. Moment. Wo bleibt unsere Katze jetzt eigentlich? Ah, ich hab sie gehört. Ach, alles zugewuchert. Okay, hier hätten wir die Setzlinge gar nicht gebraucht. Aber wir können ja gleich weiter Setzlinge setzen, aber hier ist egal. Ah ja, hier wird schon leer. Ja, ihr wisst ja, was ich jetzt vorhabe. Ups. Runterfallen. Nein, wir wollen noch ein bisschen holzen gehen hier. Aber auch nicht lange wieder nur so ein Stack voll oder so. Oh Gott, das ist ein anderer Chunk. Alles, was wir hier abgeholzt haben, ist noch geblieben. Oh Gott. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir können hier immer wieder hin und her und müssen nicht auf die Setzlinge warten. Was ist das? Das müsste normal sein, ne? Ja. Ja. Oh Gott. Wie es im Buch steht. Und den hier noch. Also Nacht. Wo ist unser Kater? Da. So und hier. Nächster. Zack. Und der nächste. Die roden das hier wie Sau. Aber es macht nix. Hier kann man ja irgendwann nochmal was anderes hin machen. Ui. Oh, Setzlinge. Yay. One hit. Was sollen die Ruckler jetzt? Ist doch gar nichts da. Ah, ist ne Kuh. Da ist ein Crafting Table. Und wieder Ruckler. Was sollen das bei der Nacht? Das überfordert die Spawnrate hier oder was? Die. 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 so brav gemacht genau wie du krieg ich ja und ich kann ja die blöde dank empfindet hier rumballern ist glaub ich zu weit oder ne Moment ich hab keine Ahnung ach egal Axt Setzlinge XP Holz Letztes Stichwort vergessen so hier ist noch was da ist noch eine Eiche eine Eiche eine Eiche für Zwillinge Creeper da sind Reichen und Creeper hat er die nicht gesehen und der nächste Baum Creeper so Spinne was hast du denn da auf dem Rücken ich sehe auch keine Enderman merke ich gerade die brauchen wir nämlich tatsächlich jetzt haben wir jetzt ja wieder genug den Baum noch und dann reicht das ja ja guten Tag ja ja guten Tag und ein Creeper ja ja guten Tag genau Setzlinge alle einsammeln mal auf Enderman schau gehen hier hier ist nirgends einer da war ein Ruhm und wieder ein Creeper äh da gibt's nicht ja ja Moment nehmt 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 auch ein paar Birken mit und hier ein bisschen den Stein verdecken dann wächst es wenigstens zu und sieht ein bisschen normal aus du kommst auch noch weg so machen wir das Loch nochmal im ganz zu nur Menschen möglich so immer noch keine da ist n Creeper mhm so Skelette naja die machen jetzt kaum Schwierigkeiten wie mach ich lang da müssen wir lang so ah unsere Bier Apfel und oh so viele Setzlinge die 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 Kopflose? Wie kommst du denn hier hin? Und wieso greifst du mich jetzt nicht mehr an? Achja, wenn ich auf den Baum so komme, dann kommt er auch auf den Baum so. Enderman! Komm schon, wo bist du? Hallo? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss doch Richtung Norden. Da war ich ja vorn doch richtig. Alter! Vielleicht die Wänder sind schon wieder so hoch? Nee, ist auch normal. Ach wird schon wieder Tag. Ist ja schön. Da! Da! Perfekt. Und zwei in der PL. Das hier gar nicht weggeportet ist. Wunderlich. Wunderlich. Das kann nicht alles in einer Linie sein. Da ist noch einer. Die kriegen wir nicht. Du kommst eh nicht her. Es ist Tag. Dann kannst du ruhig rumbrüllen, wie du willst. So. Oder dieses Gebiet hier müssen wir auch noch aus Wildern. Aus Wäldern, nicht aus Wildern. Ja, den Kübel habe ich gesehen. Aus dem Augenwinkel. Aus dem Augenwinkel. Ja. Ups. Ach nee. Hier noch ein paar. Hier noch ein paar. Schöne Aussicht. Auch wenn etwas verschwommen ist. Beim Essen. So, glaube ich haben wir keine mehr. Und. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ist mir gerade die Aufnahme abgeschmiert. Aber auch nur die Aufnahme. Ich kann mich noch bewegen. Und. Ja. Toll. Also sehen wir uns gleich wieder. In der nächsten Folge. Also. Bis dann. Tschüss.